Spiel doch nicht so bar, aber ich muss gewinnen, ich spiele auf Stats. Einen floschen guten Tag mit euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft auf den Mindsucht.net-Server, ich habe wahrscheinlich schon mal Mindsucht auf Badwurst gespielt, hat glaube ich schon mal jeder, ja, damit wir kommen zu einer neuen Folge, ich weiß nicht warum, ihr seht selber, es sind gerade 66 Spieler auf dem Server, ich weiß nicht warum so wenig Spieler gerade drauf sind, wollt gerade TTT oder Skywurst aufnehmen, aber hier ist einfach niemand, ich habe keine Ahnung, wo die ganzen Leute sind, sonst ist um diese Uhr Zeit, wir haben es gerade halb 4 nachmittags, sonst ist das hier eigentlich immer gut besucht, weiß nicht, ob die jetzt alle vorm TV hängen, wegen der EM, ob die die gucken, keine Ahnung, aber in der Lobby kann man die ja auch schauen, da habe ich mir das Head-on gerade mal runtergeladen, aber auf Prime kann man jetzt ja auch schon, ähm, da TV gucken, ähm, oh danke, dass du mir Blöcke gestellt hast, sonst wäre ich nämlich nicht rüber gekommen, das wäre ein bisschen blöd gewesen, Dankeschön, du hast mir das Tür zur neuen Welt eröffnet, oh nein, nee, nee, was? Wie, wie, wie habe ich das gemacht? Ich weiß nicht, ich habe nur ein Bier getrunken, ich habe gar nichts gemacht, diese Map wurde von den besten Bildern gebaut, fantastisch, ja, dementsprechend sieht die auch aus, das ist eine der Maps, die ich so richtig hässlich finde, aber egal, wir sagen einfach gut, damit Flo denkt, es wäre, er hätte gute Arbeit geleistet, dass so eine Map für die Leute, tschüss, ähm, die ist nicht, äh, die nicht davon genug kriegen, runterzufallen. Zahle, ah, du hast auch einen Stock, ja, ich finde aber, nein, Flo, was hast du gemacht? Du hast meine Runde versaut, das gibt eine Anzeige, oh nein, bin ich da ernsthaft in dieses Loch reingefallen, ja, geil, jetzt soll sie wieder meinen Fortschritt wieder erkämpfen, ist ja schlimm hier, ach komm schon, oh komm, nein, ach komm, nein, ach komm, komm schon, was soll'n das? Wie, hab, ah, ich, ich, oh nein, ich, ach nein, ich wollte mir den Namen der Map merken, geil, ich vote einfach irgendwas, was ich nicht kenn, Moment, Moment, Mapvoting, äh, Sand, Sand ist das hundertprozentig nicht, der kann mich eh nicht mehr überstimmen, egal, so, jetzt machen wir das hier mal, das Bett steht mal schön eingebuchtet schon mal, so, jetzt haben wir auch nicht die Chance, dämlich runterzufallen, das können wir diesmal nur mit unserer eigenen Dummheit schaffen, davon habe ich heute extra reichlich eingepackt, ja, genau, super, so, jetzt machen wir den richtigen Asimov und zwar, so, weil damit, wenn er rushen will, hat er die A-Karte damit, oder mach hier nochmal Steinchen, Moment, so, glaub, ja, von da hinten kann er, glaube ich, eh nicht ran, aber da ist er schon so, sehr gut, dann verpacken wir das Geschenk hier noch ein bisschen und dann, damit er uns ja nicht ins Auss spielt, machen wir hier mal wieder diesen hier, so, noch ein bisschen zum Foddern und dann könnten wir schon mal los, der muss auch immer die hässlichsten Treppen bauen, ne, also, anstatt es mal schön zu machen, nö, na, wir lassen uns davon nicht irritieren, moin, Meister, tja, du hast zwar einen Knüppel, aber ich habe noch mein Bett eingebaut und zwar richtig, tja, 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 tja mit der flower power spielt doch nicht so bar aber ich muss gewinnen ich spiele auf stats hier sind glaube ich sogar setze aktiviert aber vielleicht weiter das ja nicht ja gut bisschen veräppeln kann man die leute auch mal wenn der wüsste dass ich das aufnehmen spiel doch nicht so bar ja das ist die revanche halt für die zweite runde damit muss man leben können aber ihr hinterfragt es auch nicht glaube der denkt wirklich ich spiele aufs set dafür dass ich nie den spiel soll ich wieder bar spielen ach nein komm diesmal spielen wir nicht war heute mal nicht die letzte runde wir kommen ihm mal entgegen oh junge ich hasse diese leute die so ewig in die wolken kratzer mit ihren treppen bauen ich weiß nicht was das soll ich habe ein stick okay also der plan war jetzt ich glaube er hatte überhaupt keinen plan der wollte einfach nur irgendwie kurz schnell durch aber von mir aus kann er machen in der zeit bei euch mal mein schnitt treppchen weiter was auch eleganter gebaut ist so so mein meister na ach der spielt glaube ich jetzt war na gut der wird sich jetzt auch hoch bauen ich bin mir ja nicht sicher aber diese zwei blöcke werden ich glaube ich sehr aufhalten er hat das spiel einfach durchgespielt kann man nicht sagen muss man einfach so im raum stehen lassen wo ich hier komme ich noch 100 sehr gut irgendwie noch ein bisschen runter kommen auch hier waschallah er hat aber nur noch vier herzen doch gut da muss ich jetzt auch wohl gehen jetzt wo sie sich andere seiten aufziehen denn jetzt gibt's krieg hat er jetzt wirklich gedacht er kommt da nicht durch aber okay ich wollte gerade einen stein kaufen das ist natürlich super er kann ich sagen fehlt gleich weiter bauen er will also auch bar spielen okay ob wir uns mal hinsetzen so hat der levy mod ja das heißt sie nicht ja so groß was machst du jetzt kommst du runter was haben wir das wird dir nicht übrig bleiben jetzt habe ich das loch zugemacht egal what 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 yo wahrscheinlich es lief ja mehr als gut maschallah einfach der maschallah plan ist das ein ernst ja gut tschüss dann gehe ich wieder runter es kostet vier es kostet vier es kostet vier es kostet vier ja zack du wolltest und so chat log die netz 02 905 auch komm schon ach egal na egal der er hatte seinen spaß würde ich sagen wenn er jetzt habe ich schon ins wort vergessen wenn er bar spielt dann spiele ich auch bar pech gehabt ne ich nutze nur das was im item shop zur verfügung ist ich glaube er hat seinen spaß gehabt wenn das ich glaube jetzt auch keine weitere runde mehr mit mir gespielt wenn euch das video gefallen hat lasst eine positive bewertung da ansonsten sehen wir uns bei einem weiteren video haut rein abonnieren glocke aktivieren und ciao leute